Politisch und gesellschaftlich hat das Betreuungsgeld keine Mehrheit. Trotzdem hat es Schwarz-Gelb eingeführt. Eine unsinnige und teure familienpolitische Maßnahme. In Sachsen nützt es den Familien überhaupt nichts. Meistens wollen beide Elternteile arbeiten oder die Familien in Sachsen sind alleinerziehend. Stattdessen wollen Merkel und Seehofer die Mütter wieder zurück an den Herd bringen. Das Betreuungsgeld gehört abgeschafft. Das Geld wird dringend für den Kita-Ausbau gebraucht. Dafür setze ich mich ein.